Hallo, ich bin der Nikolas und ich bin 15 Jahre alt und habe beim Bauunternehmen Kulisbach ein Adventure-Praktikum gewonnen und darf heute ein Tag Bagger fahren. Hallo, mein Name ist Thomas Bach. Ich bin Geschäftsführer der Firma Kulisbach GmbH, ein mittelständisches Bauunternehmen in Stuttgart. Heute kommt der Nikolas zu uns. Zuerst wird man ihn einweisen und dann wird er die Möglichkeit haben, selber auch Radlader oder auch Bagger zu fahren. So, Nikolas freut mich, dich wieder zu lernen. Bevor man jetzt in so einen Radlader einsteigt, geht man einmal um den Radlader rum. Das ist erstmal eine Sichtprüfung. Jetzt steigen wir einmal rein und dann zeigen wir uns mal, wie alles funktioniert. Jetzt zeige ich dir, wie man mit der Schaufel in den Schotter reingeht, dass man das Gefühl kriegt, das Material hin und her zu schieben. Hast du super gemacht. Jetzt gehen wir zum nächsten Tag. Ich werde jetzt mit diesem kleinen Mini-Bagger fahren. Wenn man einen Bagger abstellt, dann muss der Arm immer noch ein bisschen berufen. Wenn diese Schaufel voll ist mit Material, hast du knapp vier Tonnen. Vier, viereinhalb Tonnen Material. So, das war jetzt mein Vormittag. Ich durfte drei Wager fahren und am Nachmittag gehen wir noch in die Werkstatt und auf die Baustelle. Jetzt sind wir in unserer Werkstatt. Oh nein! 那 Talagna warst du, wasser Donc var, sagt visst, dass Soundsaggio die Risikation Götze ist. Das waren wir genau am seizezlichen Eltern, das würde sich übernehmen. Das war jetzt mein GLI-Bagger zwischen den Einstein und armen rehabilitается. Bis zum nächsten Mal. So löten und demanderssatzentritt. Die Maschine sollten wir jetzt abdampfen. Das war jetzt mein Adventure-Praktikum und ich fand es ziemlich cool.